Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal ein neues Smartphone an und zwar das Xiaomi Mi 10 Live. Wir gucken kurz in die Verpackung rein, was da so alles drin ist und was das Gerät alles kann und was im Inneren des Geräts so alles verbogen ist. Auf geht's! So, dann schauen wir uns mal kurz die Ausstattung an. Und zwar haben wir hier den Qualcomm Snapdragon 765G mit dem 5G-Modem im 7nm-Verfahren gefertigt. Das heißt, er wird sehr energieeffizient sein. Dann haben wir hier ein 6,57 Zoll großes AMOLED-Display mit einem Fingerabdruckscanner integriert. Die 48 Megapixel Kamera ist auf der Rückseite und 16 Megapixel Frontkamera. Dann haben wir hier noch einen 4160 mAh Akku, ordentliche Größe und dann noch 20 Watt Fast Charge, was das Gerät dann relativ schnell wieder vollladen lassen sollte. Schauen wir noch auf die Rückseite. Hier haben wir noch eine Dual-SIM-Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Speicherkarte unterstützt wird, aber es sieht jetzt zumindest hier nicht so aus. Aber das werde ich für euch checken. Das kriegt ihr dann im Review zu hören. Hier ist nochmal die Kamera zu sehen. Ich packe das jetzt mal hier geschwind aus. Und dann machen wir mal einen kurzen Rundgang um das Gerät. Oh, die Farbe ist natürlich ein Knaller. Also das gefällt mir immer wieder so. Das hat halt Huawei mal angefangen mit diesem grünen-bläulichen Farbverlauf. Und das ist natürlich jetzt hier auch wunderschön gemacht von Charmix. Also das gefällt mir wirklich richtig gut. Aber das ist reine Geschmackssache. Gut, als erstes fällt mir hier auf alle Fälle auf, dass die Kamera nicht allzu weit raussteht. Auch wenn es jetzt hier vielleicht im Video mehr rüberkommt. Aber die ist wirklich, ich würde vielleicht sagen, Millimeter Maximum. Also da stehen andere Kameras deutlich mehr raus. Dann haben wir hier auf der rechten Seite den Power-Button und die Lautstärke-Wippe. Gehen wir weiter nach oben. Da haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Hier haben wir noch eine Infrarot-LED zum Steuern von TV- und Hi-Fi-Geräten. Dann gehen wir mal noch weiter rum. Auf der Seite haben wir nichts. So, dann haben wir hier unten noch den USB-C-Anschluss, ein Mikrofon, einen Lautsprecher und den SIM-Karten-Slot. Und auf der anderen Seite, da waren wir schon. Und jetzt haben wir hier vorne das große Display. Und ich schalte das Gerät jetzt mal ein. Ich habe das Gerät jetzt schon mal eingerichtet, damit wir das ganze Thema mal hier ein bisschen überspringen und alles ein bisschen im kürzeren Modus abhandeln. Weil das die meisten dann doch nicht interessiert. Wenn ihr das gerne wünscht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. So, und da seht ihr das große Display. Wir haben hier oben eine Tropfen-Notch, was ich jetzt persönlich nicht so schlecht finde. Mir gefällt das. Obwohl natürlich mittlerweile Standard ist, dass man alle so ein Punch-Hole hat. Hier irgendwo oder da oder direkt in der Mitte. Ja, den Fingerabdruckscanner habe ich auch schon eingerichtet. Der funktioniert relativ zügig. Gut, das ist jetzt beim ersten Starten, muss man immer einmal entsperren. Aber dann machen wir das gleich nochmal hier. Zack. Ihr seht, der ist jetzt nicht der allerschnellste, aber er funktioniert doch relativ zuverlässig. Da können wir jetzt gar nicht meckern. So, was haben wir noch? Gucken wir uns mal kurz die Kamera an. Was wir da so haben. Machen wir mal ein Foto machen. Also wo ich vorhin es eingerichtet habe, das Handy, kam auch gleich noch ein System-Update. Aber es ist immer noch MIUI 11 drauf. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Gehen wir mal eins zurück und schauen uns mal das Bild von der Pflanze an. Also, auf den ersten Blick sieht das durchaus ansprechend aus. Also jetzt für so einen Schnappschuss. Aber ich meine, hier sind auch relativ gute Lichtverhältnisse. Kann man jetzt auch nichts dazu groß sagen. Gucken wir uns mal hier noch ein Video an. Ich hatte vorhin mal ein kurzes Video gedreht. Die Kamera unterstützt bis 4K 30 Frames. Ich mache ein bisschen leiser hier. Im Video kann man auch zoomen. Es gibt noch den 1080p-Modus mit 60 Frames und 1080p mit 30 Frames. Also das ist nicht so schlecht. Hier habe ich mal ein Portraitfoto von mir vorhin gemacht mit der Frontkamera. Man sieht auch hier schöne Umschärfen ringsherum. Es erkennt auch meine relativ kurzen Haare, die ich zurzeit habe. Und auch so allgemein im Gesichts- und Ohrenbereich. Das ist die Konturen. Das hat alles gut erkannt. Und auch die Schärfe des Ganzen hier ist durchaus ansprechend. Das kommt hier im Video deutlich lebhafter rüber, als es eigentlich ist. Also die Farben sind auch gut getroffen. Da bin ich doch arg angetan. Das gefällt mir. Hier ist auch nochmal ein Foto. Das hatte ich dann mit Zweifach-Zoom. Weil wir haben hier eine Zweifach-Zoom-Linse. Das hier ist eine Einfach-Zoom-Aufnahme. Und das war es dann schon. Okay. Ich kann dann nochmal kurz zurück ins Interface der Kamera gehen. Dann seht ihr das hier. Das ist der normale Anzeige. Das ist der Weitwinkel. Und das ist der Zweifach-Zoom. Also da kann man durchaus was mit anfangen. Wie gesagt, Weitwinkel ist ja doch durchaus gebrauchbar. Aber das Weitere kommt dann in meinem Review dazu. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei, wenn es um das Gerät geht im Review. Wie gesagt, sehr schönes Gerät. Sieht wahrscheinlich die Fingerabdrücke magisch an. So, dann schauen wir mal noch kurz, wie viel Speicher eigentlich jetzt zur Verfügung steht. Mein Gerät. Wir haben hier 64 GB internen Speicher im Normalfall dabei. Und hier seht ihr jetzt schon, 45,78 GB sind davon nur noch verfügbar. Es sind einige Apps schon vorinstalliert von Xiaomi. Das ist viel Spiele und solches Zeug, was ich jetzt persönlich nicht wirklich benötige. TikTok ist schon drauf. Wir haben hier Facebook. Wir haben hier irgendeine Office-Anwendung. Wir haben eBay, Netflix. Das ist alles schon von vornherein drauf. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil das mühlt jetzt das Gerät quasi zu, obwohl du es noch gar nicht benutzt hast. Und es geht natürlich reichlich Speicherplatz verloren. Aber man kann die ganzen Apps ja deinstallieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Von daher passt das dann schon. Ja gut. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck von diesem Gerät bekommen. Wie gesagt, ich mache noch ein Review dazu. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, euer TechNerd. Ciao. Ciao.